Der Arzt! Unsere Berufskrankheit. Ja, ja, ja. Mir war so schwierig, ich habe mich erstmal an der Seite festgehalten. Ja, ja. Und dann habe ich das... Ich konnte mich kaum festmachen. Ich konnte nicht so nicht... Der kribbelt die Buche. Mega, mega, mega. Aber weisst du, was der Schlimmste da war? Da wollte der Arzt dann halt... Der Arzt? Der Arzt? Unsere Berufskrankheit. Ja, ja, ja. Genau. Du bist in der Ferien gewesen und redest vom Arzt. Der Fotograf. Der Fotograf. Das ist der Arzt der Fotograf. Wie geht's uns heute? Sie wohnt da! ? Ja, ja! Und ich konnte nicht Bye will. Ich hab größer beim Badenquancen mit ner Ecken, damit noch nicht jagne vaiungen. Gesprächsthema. Aber der Zeitpunkt könnte nicht schlechter sein. Kein Wunder, passieren da Fehler und ist das Medikament falsch dosiert worden. Da sieht man wieder einmal, wie wichtig als Aufmerksamkeit beim Richten von Medikamenten ist. Dosierungsfehler entstehen auch, wenn ich mir selbst die Dosierung ausrechnen muss. Ja, und dabei würde dann an einem Taschenrechner helfen, aber vor allem eine Doppelkontrolle, und zwar eine unabhängige Doppelkontrolle. Das heisst, die zweite Person führt selbstständig die Berechnung noch einmal durch und die beiden Resultate werden miteinander verglichen. Dann können wir gewährleisten, dass wirklich auch die richtige Dosierung verabreicht wird. Mit der Doppelkontrolle und konzentriertem Arbeiten ist Patientensicherheit keine Glückssache. schon über die Doppelkontrolle Töne örungen 군 . Untertitelung des ZDF, 2020